Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Starland. Wir gehen noch mal in die Dimension 0. Das finden wir wieder. Das ist ja relativ nach vorne. Na hallo, super. Ich habe mich noch mal erkundet. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Der Dämonengröste. Wo steht da? Okay, ich mache eigentlich noch mal einen Cut. Da wissen wir, wie ich den brauchen wir nämlich auch noch mal. Für den Erweckungsakt. Ein bisschen cooles Tell. Brauchen wir noch Äther. Ich nehme mal die Hälfte mit. Muss nicht in der Mobfalle sein. Kann auch woanders sein. Das war so. So, und so. Ich brauche erstmal das Bound nochmal. Das Boundswort. Schwert. Boundengröste. 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 mal gut dann mache ich jetzt noch mal einen kleinen cut bis gleich so ich habe was erfahren hier den dämonen müssen wir mit dem dämonen killen als anderen dämonen wieder machen und das müssen wir zuerst aber bauen ich muss mir hier genug platz dafür haben wie einfach hier gut so brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 wir kommen hier von einfach 4 hochbauern so 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 geht So, mal ganz kurz gucken, wie weit wir schon sind. So, Oh, ich hab mich in der Farbe auf, okay? Das war's für heute. hier haben wir ja auch ein panel, ein crafting panel ist ein glück, gut weil jetzt brauchen wir nämlich das und noch 1, 2, 3, 5 mehr, weil wir brauchen insgesamt 6, aber wir haben ja schon einen, also hier bei dem ist 1, 2, 3, 3 und hier, und hier ist es genauso, und bei dem ist es, von der Kante, vollmerkt, 1, 2, 3 und auf Seite 1, 2, 3, da so, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, bitte, haben wir den alten Teil? erstmal aufgebaut. Dann... brauchen wir... 3 Sanktus, Esa, Terra, Tampa. 3 Sanktus, Esa, Terra, Tampa. 3 Sanktus, Esa, Terra, Tampa. Das ist kein Plan. Wie viel brauchen wir? 1 Sanktus! Esa, da haben wir noch. $1, Terra. Haben wir auch nix unten, ok dann mal gucken was wir dafür brauchen für Sang, Gold, und Clostone, Glas, Clostone, und ein Glas, dann haben wir unser Sanktos, das haben wir, dann brauchen wir Peere, Erde, Sand, Obsidian, 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 Pinny, 3 Kohle, Obsidian, und Ton, wir sind die nämlich noch da drin, oder, und die reichen wenigstens auch, wir sind die nämlich noch da drin, oder, und die reichen wenigstens auch, dritter Sanktos, und jetzt kommt das letzte Element, wir müssen wenigstens jetzt nicht destillieren, weil wir selbst brauchen. bis zum nächsten Mal erwacht, denn mit dem, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal! Und da haben wir ihn schon, bitte. Daemon Crystal. Gut. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 15 Minuten. Das wird, wir können gucken was wir brauchen und das noch vorbereiten. Die Folge ruhig. Ich muss ja noch eine aufnehmen, also. Machen wir jetzt heute auf jeden Fall noch in der Ausnahmesession. Und zwar. Red Blood Magic. Und dann wo ist der erweiterte. Den haben wir. In Sedicium. Lohnstaub. Lava. Messerstein. Messerstein. Und. Eimer. Da kommt Lava rein. Aquarius. Es ist einfach Wasser und Tintet. Eimer Schein. Eimer. Und der Schwacher. Und den schwacher, gut, ich muss mir erstmal kurz Lava holen. Das nehmen wir an O1. Und noch nicht das, sondern 1, 2, 3, 4. Und der, da haben wir den Erweckten. Den hier. Gucken wir, ob wir noch genug Blut drin haben. Blut haben wir noch. Und damit gehen wir jetzt schon mal vorbereitend. Das kann ich eigentlich da hinpacken. Wir gehen jetzt da rein in die Welt, damit wir fertig gelernt sind. Damit wir die nächste Folge gleich anfangen können, gehen wir noch da hin und beenden die Folge. Ja, zwei Cliffhanger in einer Folge und dieselbe Cliffhanger. Mach ich nicht absichtlich, kann mal vorkommen. Wie ich sagte, gleich am Spawn. Und nächste Folge aktivieren wir das Ritual und mach es im Beschworenden Dämonen. Damit sag ich tschau und bis nächstes Mal. Euer Let's Playber. Bis zum nächsten Mal.